So, und jetzt sind wir bei einem hochspannenden Thema. Ich freue mich sehr, dass wir heute Ursula Kolritsch aus Bad Honnef hier haben, und zwar zu dem spannenden Thema Glücksorte. Ja, ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass wir zusammensitzen. Glücksorte, ist das irgendwie so ein Begriff, der zwar jedem irgendwie ein Begriff ist, aber was hast du mit diesem Thema? Also wieso ist das dein Thema? Mir war es auch zuerst kein Begriff, muss ich sagen. Es ist dann meiner geworden, weil ich nämlich im Urlaub war, und manchmal ist das ja so mit dem Glück, dass es dann über einen kommt, und da war das auch so. Ich war am Bodensee in einem Hotel und fiel aus dem Hotel raus in die Buchhandlung rein. Ich bin auch Autorin, deswegen neige ich zu Glücksort Buchhandlung und bin dann über ein Buch aus der Reihe Glücksorte gestolpert, in dem Fall vom Bodensee, und habe mich total verliebt in diese Idee, sich Gedanken zu machen über Glücksorte. Und auf der Heimfahrt dann vom Bodensee, von Lindau war das in dem Fall, nach Bonn. Das sind etwa fünf, sechs Autostunden mindestens, habe ich mir dann Gedanken gemacht über die Bonner Glücksorte und kam dann auf 140 oder so, bis ich zu Hause war. Und 80 dürfen aber nur in so ein Buch. Dann habe ich mich beworben um dieses Bonner Buch, Glücksorte in Bonn, habe den Zuschlag auch bekommen und durfte dann 80 Glücksorte, meine Glücksorte, hier in meiner Heimat beschreiben. Das war ganz toll. Und was genau macht denn für dich ein Glücksort aus? Also ab wann wird ein Ort zu einem Glücksort? Ich glaube, das ist total individuell, was für ein Ort ein Glücksort ist. Im Prinzip kann jeder Ort ein Glücksort sein. Auch hässliche Orte können Glücksorte sein. Da bin ich fest von überzeugt. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie man selbst getickt ist. Ist man lieber drin, lieber draußen? Möchte man in die Natur gehen? Braucht man Wasser um sich? Was sind da für Menschen? Ist auch ganz wichtig. Also ich glaube, im Nachhinein auch nach dieser Arbeit rund um die Glücksorte bin ich natürlich auch sehr psychologisch eingetaucht in dieses Thema. Und ich glaube, es ist eine Art von Verbundensein. Man muss mit einem Ort irgendwie eine Verbindung haben, dass man zum Beispiel am Meer sitzt und denkt, ach, das beruhigt mich der Gedanke, dass hier schon Millionen Jahre dieses Wasser hin und her gerauscht ist. Und es wird auch noch ewig weiter rauschen. Und ich bin Teil von diesem Ganzen. Das ist, glaube ich, eine Art von Verbundenheit, die dann hergestellt wird. Und das kann man an jedem Ort haben. Der muss noch nicht mal objektiv schön sein. Und hat denn Glücksorte auch immer etwas für dich mit Reisen zu tun? Also sind Glücksorte immer so ferne Länder? Oder ist das auch was, was im Hier und Jetzt sein kann? Gar nicht. Also mein Glücksort Nummer eins, der ist hier einen Meter entfernt. Den kann man jetzt nicht sehen, was auch gut ist. Das ist nämlich mein Schreibtisch. Und der ist gerade so voll mit Stapeln, dass ich ganz froh bin, dass ihr den nicht sehen müsst und dürft. Aber das wäre jetzt zum Beispiel mein Glücksort. Und das ist natürlich auch schon so ein Gedanke, dass das Glück ganz nah ist. Man muss nicht warten, dass das irgendwie über einen kommt oder dass man dafür was tun muss, dass man das bereisen muss. Ich glaube letztendlich, es ist eine Frage der Wahrnehmung, dass man es sieht. Man muss es erkennen. Und das ist was, was mir jetzt zum Beispiel als Autorin sehr, sehr wichtig ist, dass man das Glück sieht. Und mit so einem offenen Blick, ich sage immer, dass es der touristische Blick durch die Welt geht und auch durch die eigene Welt geht. Das finde ich ganz wichtig. Manchmal gibt es ja so ganz ätzende, schlimme, nervige Tage und es gibt immer Dinge, die daran gut waren. Und es gibt Menschen und Orte, die einen gut getan haben und man sieht die gar nicht mehr. Es ist eine Frage des Sehens. Vielleicht liegt das Glück so gesehen auf der Straße, wenn man es so will. Es muss nicht unbedingt wörtlich, aber wenn jemand gerne Auto fährt, liegt es auch auf der Straße oder Fahrrad fährt. Aber damit ist natürlich gemeint, es kann überall sein. Es ist vor der Tür. Es gibt so ein ganz schönes Zitat von Oscar Wilde. Das heißt ungefähr so, wir gehen alle die Straße hinunter und nur wenige schauen hinauf zu den Sternen, die aber ja für alle da sind. Also das kann man vielfältig interpretieren. Aber ich finde, man kann den Satz auch gut auf das Glück beziehen. Wenn viele dann sagen, oh, du hast das Glück gehabt, ich habe das gar nicht, das Glück. Oder wann kommt es? Es gibt ja auch so Sprichwörter. Wann steht das Glück vor der Tür? Ich glaube, es ist immer da und man kann es sehen und muss es sehen und man kann es auch üben zu sehen. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, ist es für dich, ist Glück kein Zufall, sondern wirklich etwas, was mit Wahrnehmung zu tun hat und mit einer bewussten inneren Haltung und Entscheidung? Ja, teils, teils. Natürlich, es gibt auch ein Glück, wo man dann sagt, das ist jetzt ein Schicksal, dass man jemanden kennengelernt hat. Sollte das jetzt so sein oder dass man einen Ort besucht hat, wo man hingereist ist. Aber ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass man es sieht. Ich glaube, ganz, hat man nicht früher in so Poesiealben, glaube ich, geschrieben, doch fällt mir jetzt gerade ein, Andrea, so Sachen wie, viele Menschen versäumen das große Glück, weil sie, das kleine Glück, weil sie vergeblich auf das große warten. Das ist vielleicht so ein ganz guter Leitsatz. Dafür habe ich jetzt Jahre nicht dran gedacht. Aber das ist, glaube ich, so eine ganz gute Formel dafür, dass das kleine Glück wirklich eigentlich immer da sein kann und es ist es wert zu schätzen. Und diese Glücksorte-Idee, finde ich, hilft einem total gut. Das ist wie so ein Instrument. Also wenn jetzt jeder mal für sich überlegt, was sind denn meine zehn Glücksorte am Tag oder in meinem Umfeld? Wo geht es mir gut? Und das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Spaziergang sein, dass man auf einen Berggipfel kommt. Das kann eine Bank sein im Park. Das kann sein ein Café oder ein Stuhl im Café, vielleicht eine bestimmte Ecke mit einem Bild oben drüber, ein Bild im Museum, vor dem man besonders gerne innehält. Es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Frage, kann man da gut atmen? Klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber gut sein, genau. Und kriegt man da vielleicht noch mal so Kraft und Luft und noch mal so eine Inspiration oder einen Atem? Ich habe das auch bei meiner eigenen Glücksorte-Recherche jetzt für dieses Bonner-Buch, habe ich das gemerkt, dass ich ganz oft das Gefühl, es gibt so eine Art von imaginärer Wand. Also, dass ich irgendwie sitze in einem Park und oft sind die auch so angelegt. Also in Bonn gibt es zum Beispiel ein Haus, in dem wohnte Ernst-Moritz Arndt, ein Dichter und Universitätsprofessor, Schriftsteller, Essayist und da gibt es so einen kleinen Park und der ist so im Carré angelegt und drumherum rasen mittlerweile die Autos. Das war früher nicht so, da ist jetzt eine ganz stark verfahrene Straße. Zu seinen Zeiten war das nicht so, aber ich glaube, die Gartenarchitekten haben sich da schon Gedanken drum gemacht. Man sitzt in diesem Park und man hat das Gefühl, um dieses Carré geht so eine imaginäre, durchsichtige Wand hoch und diese Wand sagt mir dann, bleib noch einen Moment hier und verweile, Augenblick, verweile doch oder halte inne. Und das habe ich ganz, ganz oft gespürt an diesen Orten. Also das kann man auch, diese Wand oder vielleicht ist es auch eine Art Magnet, das kann man auch spüren im Freien, das kann man spüren auch an einem Ort wie einem Meer, dass man irgendwie denkt so, hier muss ich jetzt noch einen Augenblick bleiben. Ja, hochspannend. Zwei Dinge, da hacke ich mal ganz kurz nochmal ein. Also dieses, das Glück in den kleinen Dingen, das kenne ich eben auch aus dieser Hückelphilosophie, mit der wir ja arbeiten. Da heißt es eben auch, das Glück in den kleinen Dingen. Also wirklich sich bewusst, also es hat wirklich was mit Bewusstmachung zu tun und mit Wahrnehmung zu tun und sich an den kleinen Dingen zu freuen. Und ob das jetzt irgendwie das Gänseblümchen ist am Wegesrand oder der Sonnenstrahl oder das Vögelzwitschern, also im Grunde geht es um Wahrnehmung, so wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das zieht sich ja auch so ein bisschen, Literatur ist jetzt mein Thema, aber das zieht sich zum Beispiel sowohl durch die Literatur, durch die Kunst, auch durch die, auch durch Musikstücke. Ja, es gibt ja dieses, so einen neuen Song, relativ neu von Herbert Grönemeyer, das Sekundenglück. Es gibt ein wunderschönes Lied von Anna Deppenbusch, die ich sehr mag und verehre. Das heißt, für immer Sekunde, das ist ja genau das, dass man eigentlich diese Sekunde, diesen kleinen Moment, dieses kleine Glück auch gerne festhalten möchte. Ja, und das kann sein, ein Spaghetti-Eis oder, was weiß ich, eine schöne Tasse Tee oder es kann sein, eine Zimtschnecke. Eine Zimtschnecke, genau. Jetzt haben wir so die Essensthemen. Also Essen, finde ich, ist per se auch ein großes Glück. Ich bin nämlich in einem Gasthaus aufgewachsen. Das kann auch sein, ein Abendbrottisch mit tollen Freunden oder, genau, es kann auch sein, in der Küche kochen oder es kann auch sein, nach einem verregneten, kalten Tag die Tür aufschließen und nach Hause kommen und zu wissen, jetzt wird es warm. Also, und das, man muss es aber empfinden und man muss sich selber auch so ein bisschen schulen darin, es zu empfinden. Ist jetzt auch nicht so, klingt jetzt so toll, dass ich den ganzen Tag glücklich bin. Das Gegenteil ist der Fall. Aber wenn es dann da ist, das Glück, dann ist es schön, wenn man es spürt und dann auch weiß, das ist jetzt besonders, das ist ein besonderer Ort, ein besonderes, ein besonderer Mensch, der mit einem spricht. Es ist auch ein Glück, mit dir heute hier zu sitzen. Danke gleichfalls. Und dann was zu erleben, das kann was Besonderes sein, was man noch nie gemacht hat, wie jetzt so ein Video für einen Glücksgipfel. Das kann aber auch sein, ja, mit jemandem nettes Abendbrot haben. Ja. Ja, und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Also, ich habe gerade, wenn du erzählt hast, so mal für mich überlegt, was sind denn so meine Glücksorte? Und meine Glücksorte sind, also ich habe so zwei große Glücksorte, das ist einmal Neuseeland und einmal Corfu. Toll. Die griechische Insel. Ja. Weil das sind so meine beiden, ja, großen Glücksorte nenne ich die, weil ich dort einfach eine ganz wundervolle, im wahrsten Sinne des Wortes, wundervolle Zeit verbracht habe und sehr präsent war dort in dieser Zeit und es eine Auszeit war von meinem Leben, hier von meinem Alltag und ich da ganz inspirierende Menschen kennengelernt habe und eben auch sehr, ich nenne das immer so hellfühlig war in dieser Zeit und deshalb sind das für mich ganz prägende Orte und so meine Glücksorte und die ich mir natürlich auch entweder öfters gerne mal erinnere, gerade wenn es hier irgendwie grau ist und es regnet und irgendwie alles frisst. Genau. Das heißt, da finde ich es auch so spannend, sich an die Glücksorte, die man mal erlebt und empfunden hat, auch dran zurück zu erinnern und die damit quasi immer in die Gegend wahrzuholen. Das finde ich für mich eine ganz große Ressource, meine Glücksorte zu kennen und zu wissen und selbst wenn ich nicht ständig nach Kofu und Neuseeland reisen kann, aber genau, sie präsent zu haben. Und das ist das eine und dann gibt es eben diese kleinen Glücksorte, wie du gesagt hast, so die eben im Alltag und bei mir ist das, ja, also das Meer ist leider von mir mindestens 300 Kilometer weit weg, das Meer ist grundsätzlich egal, an welchem Fleck dieser Erde, ist das Meer so etwas, was mir immer ein großes Glücksgefühl gibt und wo ich unfassbar abschalten und auftanken kann und es ist aber auch für mich die Natur, also so ein Waldspaziergang, ob alleine oder mit einer Freundin oder mit der Familie, das ist auch so was, ja, was auch für mich eben dann so einen Glücksort und Glücksmoment ausmacht. Auf jeden Fall, das mit dem Meer würde ich auch unterschreiben und mit dem Wald auch, den habe ich ja auch vor der Tür, für manche Leute sind es auch die Berge, das sind eher Bergmenschen, die finden das auch großartig, dann dieses Obenankommen und dann die Weite zu haben, das kann ich auch sehr gut nachvollstehen. Der Gitzel halt. Ja, genau. Das muss, glaube ich, jeder so ein bisschen für sich auch finden und es ist, wie du sagst, eine Frage, wo kann ich gut sein? Also für meine Söhne ist das zum Beispiel bei Oma und Opa. Die wohnen 200 Kilometer von uns entfernt, meine Eltern und dann sagen die jedes Mal, wenn wir da waren, was gar nicht so häufig ist, weil es eine gewisse Entfernung ist, sagen die, ach, da ist es so schön, da ist uns so gemütlich, vielleicht würde man auf Danish sagen, hügelig und dann habe ich mal so drüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so, warum fühlen die sich da so wohl und ich glaube, es liegt daran, dass sie da nichts müssen. Die dürfen einfach nur sein. Da ist keine Schule, da sind keine Verpflichtungen, man muss keine Vokabeln pauken. Wir machen da noch nicht mal besonders viel, witzigerweise, also da ist gar nicht so viel Action. Die können einfach da nur sein und irgendwann fragt die Oma, wer möchte noch Bratkartoffeln? Also so, das ist mir so aufgefallen, dass das interessant ist, auch gerade bei der jüngeren Generation, die sind jetzt neun und zwölf, dass die gar nicht so viel, in Anführungszeichen, viel brauchen, sondern dass sie so sein wollen und müssen dürfen, sein dürfen. das ist ein unheimliches Geschenk und das kann man an unterschiedlichen Orten sein. Ja, das kann ich zum Beispiel in meiner Arbeit sein, am Schreibtisch sein und das fällt mir auch ganz oft auf bei, wenn man vielleicht auch so einen Tipp geben darf oder so einen Ausblick, dass ich ganz oft höre von Leuten, wenn man so fragt, wie geht es dir, dass sie dann sagen, ja, wäre alles gut, wenn die Arbeit nicht wäre und dann breche ich immer so ein bisschen innerlich zusammen und denke so, wie kann das denn sein, weil diese Arbeit, das sind ja acht, neun, für viele mehr Stunden am Tag und das gedankliche Beschäftigen gar nicht mit einberechnet, das ist ja Wahnsinn, das ist ja ein ganz großer Teil vom Leben, wie kann das sein, dass man sich da so unwohl fühlt, dass man sagt, sonst ist alles gut. Also deswegen glaube ich, man muss tatsächlich eine Möglichkeit finden, sich mit Dingen zu umgeben, die einem gut tun, und Tätigkeiten ausführen, die man ist und die einem so Herzensangelegenheit, Herzensdinge mit Herzensmenschen sich umgeben, das kann man natürlich nicht ewig und 24 Stunden am Tag, aber dass man das möglichst auch schafft und mit drin hat, das ist glaube ich ganz, ganz entscheidend, um glücklich zu sein oder Glück zu haben, Glück zu empfinden. Ja, dieses Thema glücklich im Job, das ist ja so, ne, meins von der Hüge Akademie, so, wo wir da überhaupt sagen, du sagst, man verbringt so viel Zeit da und dieses glücklich im Job sein, das ist für viele so ein Ausschluss, aber dabei geht es genau darum, weil wir da so viel Zeit da verbringen. Auf jeden Fall. Ja, also und auch da einfach zu gucken, was kann ich mir mitnehmen, wie kann ich mir dort einen Glücksort schaffen, also das ist auch im Beruflichen erlaubt, ne, oder siehst du das nur im Privaten? Nein, das sehe ich überall und das können manchmal auch, das können ja auch absurde Dinge sein, dass so ein Glücksort kann auch eine total schrammelige Kantine sein, in denen es einen furchtbar schlechten Kaffee gibt und man weiß aber immer um halb eins kommt da eine nette Kollegin und mit der lache ich so toll wie mit keiner anderen. Das kann auch ein Glücksort sein, also das, und natürlich die Arbeit selber auch, es ist natürlich eigentlich toll, wenn man Dinge tut, die einem leicht fallen, das soll ja nicht was sein, was einem so schwer fällt und was einem so das Herz auch schwer macht, also das finde ich ganz entscheidend, das auch auf der Arbeit natürlich zu haben, weil das so viele Stunden sind und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht schreiben dürfte, nicht lektorieren dürfte, nicht, ich schreibe auch sowohl literarisch als auch PR-Texte, das macht mir alles eine große Freude, ja, und das finde ich sehr, sehr wichtig, ja, dass man das auch im beruflichen Umfeld hat und das vielleicht auch gar nicht so trennt, bei vielen ist das auch so getrennt, Leben und Arbeiten, das ist jetzt dadurch, dass ich Freiberuflerin bin, du bist auch selbstständig, kann man das gar nicht so trennen, also das ist so eng mit mir verbunden und da sind wir wieder bei dem Thema Verbundenheit, also ich glaube, ein Glücksgefühl ist immer, wenn man verbunden ist mit einem Ort, wenn man das Gefühl hat, ich bin jetzt hier und ich gehöre irgendwie dazu, das kann auch passieren, dass man da ganz fremd ist, dass man zum ersten Mal an einem Ort ist und man hat das Gefühl, dieser Ort gehört zu mir und ich gehöre zu den Menschen, da war ich schon mal, genau, oder warum war ich noch nicht hier, also das ist mir auch bei dem Buch so gegangen, oder dass man denkt, warum war ich so lange nicht hier, es gibt da auch ganz viele Orte, jetzt zum Beispiel in meiner Heimat, wo ich denke, ach, da muss ich aber jetzt noch mal öfter hin und warum war ich da schon so lange nicht oder vielleicht auch noch nie, Ja, spannend und wir haben jetzt so eine ganze Range, ob das jetzt eben Urlaubsorte sind, wo man eine bewusste Auszeit hat oder einfach Orte im Alltag, Glücksorte oder im Beruf, haben wir jetzt eine ganze Palette und eine ganze Vielfalt im Grunde mal so in den Raum gestellt. Hast du denn jetzt abschließend noch irgendwie so einen Tipp oder ein, zwei Tipps, was das Thema Glücksorte anbetrifft für unsere Kongressteilnehmer, die gerade irgendwie sich online dazu geschaltet haben? Also mein Tipp ist ja tatsächlich immer die touristische Brille aufsetzen und rausgehen, als wenn man zum ersten Mal da wäre. Also wie würde ich jetzt mein Dorf, meine Stadt sehen, wenn ich das nicht alles schon kennen würde, wenn ich nicht wüsste, da wohnt jetzt die Sabine um die Ecke und ich würde das zum ersten Mal sehen und plötzlich fallen einem Sachen auf, die hat man noch nie gesehen und sei es irgendwie ein Stück an einem Haus oder ein Vorgarten, den man noch nie so richtig gewürdigt hat oder ach, da steht ja eine Bank, die ist mir auch noch nie aufgefallen, vielleicht setze ich mich da mal hin, vielleicht bleibt auch noch jemand sitzen an der Stelle. Also das, natürlich Reisen ist ein großes Thema, aber viele Leute haben da gar nicht so viel Geld für oder nicht so viel Zeit oder sind auch gar nicht so reisefreudig. Ich glaube, das braucht es gar nicht. Man geht einfach vor die Tür und schaut dann mal, wo ist es denn schön. und das finde ich ganz wichtig und vielleicht ist auch Tipp 2, das einmal zu erkennen, dann vielleicht auch mehr in sein Leben zu holen, dann öfter da mal hinzugehen oder wenn man sieht, ach, der Wald tut mir gut, häufiger vielleicht mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde in den Wald gehen oder ich kenne auch viele Kollegen, die schreiben im Café zum Beispiel, die schreiben nicht zu Hause, für die wäre das dann der wichtige Ort, für mich ist es der Schreibtisch und das wäre quasi schon damit verbunden, Tipp 3 nicht vergleichen. Also das fällt einem sehr schwer, das fällt mir auch immer wieder schwer, dass man denkt, die sind jetzt auch schon wieder in Skiurlaub und ich sitze hier, genau. Aber das ist eigentlich Quatsch, wenn man es so will. Ich weiß nicht, wie du es erlebst. Also es ist eigentlich, dann denkt man ja, die sind jetzt schon wieder in den Bergen, aber eigentlich bin ich mehr der Meertyp, dann muss ich ja gar nicht damit hadern, dass die jetzt in den Bergen sind. Ja, und ich finde es auch eher eine Inspiration. Also das finde ich auch so ein Thema. Also ich gönne es dann den Menschen, dass sie dann gerade an ihrem Glücksort sind und sich das gönnen und gleichzeitig inspiriert es mich auch nochmal, wenn ich irgendwie eine Postkarte kriege oder auf Facebook sehe, oh Mensch, die posten gerade irgendwelche tollen Bilder, dann fühle ich mich eher inspiriert zu sagen, oh ja, habe ich mir heute schon was Gutes getan, wo ist eigentlich gerade mein kleiner Glücksort, ohne jetzt weit reisen zu müssen, ja. Genau, finde ich auch. Mir Postkarten schreiben. Ja. Ja, sehr schön. Usch, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich danke dir, das war toll. Wir können jetzt noch viel, viel länger reden über überhaupt Glück und Glücksorte und so weiter. Und ja, ich möchte abschließend ein Zitat aus dem Vorwort von dem Buch Glücksorte in Bonn von Ursula Kolritsch vorlesen, als Schlusswort quasi. Glücksorte machen alles weit und leicht oder nah und bezaubernd, so dass man tief durchatmen oder umgekehrt die Luft anhalten möchte und den jeweiligen Moment dazu. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr das Gespräch genauso genossen habt wie wir und gleich geht es weiter und wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag und freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Bis dahin. Danke dir, Usch. Danke dir und habt viel Glück. Besucht eure Glücksorte und seid einfach glücklich. Tschüss, vielen Dank. Tschüss, tschau.